Hallo Leute und willkommen zu Level 24, Omaha Strand. In diesem Level droppe ich zunächst ein paar Bogenschützen hier unten, um die zwei Bogenschützen-Türme zu zerstören. Ich benutze hier Bogenschützen auf der Stufe 3. Das kommt auf euer Level an, wie viele ihr da braucht. Droppt einfach ein paar mehr, wenn ihr auf Level 2 seid. Und ja, hier oben nehme ich einfach Riesen. Auf beiden Seiten drei Stück. Die zwei sollten sich um die Mörser kümmern. Währenddessen droppe ich Bogenschützen vor den beiden Kanonen, die währenddessen die Riesen die Mörser anfracken, also fast ganz zerstören, was jetzt auch so geplant war. Damit ich jetzt nur noch ein paar Barbaren hinterher schicken muss und ich nicht zu viel Elixier für die Riesen ausgeben muss. Und ja, jetzt setze ich einfach an den oberen Eingang auf beiden Seiten Wellen von Barbaren rein. Und ja, an der Seite sind immer noch ein paar Bogenschützen über, die kommen mit rein und supporten das Ganze. So, und ja, das war es eigentlich auch schon wieder von diesem Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!